Okay, was hat uns jetzt hier gemacht? Was ist jetzt hier oben etwas verändert? No. Okay, hier kommen wir nicht durch. Ja, dann müssen wir doch wirklich tatsächlich erstmal nach oben. Aber anscheinend haben wir jetzt erstmal das Spiel in so einem Stressmodus wieder gebracht. Wunderbar. Schön, schön, schön. Also die Tür ist irgendwie ein bisschen hakelig. Da komme ich irgendwie nicht durch. Bei meinem Ego. So, interessant wird es ja tatsächlich, wenn sich mir jetzt hier ein Zünder entgegenstellt. Da hätte ich jetzt auch nur wirklich die EMP-Mine, mit der ich jetzt hier agieren könnte. Und mich irgendwie wehrhaft irgendwie ihm entgegenstellen könnte. Ansonsten wartet. So, okay. Aha, alles klar. Ja, etwas stimmt nicht mit Ihren Syntheten. Das Team, das ich zum Ausschlachten des unteren Wohnbereiches beordert habe, hat plötzlich angehalten. Sie haben irgendwas von Gefahreneindämmungsbefehlen gefaselt, haben versucht in die Kontrollkabine einzudringen und sind dann einfach abgehauen. Riccardo, der Leiter ist vorübergehend offline. Ich habe hier die Apollo-Schaltpläne vor mir. Ich bin raus, als könnten Sie um den Turmwirtschaft Zugang halten. Die Turbine läuft heiß, Riccardo. Auf vollen Touren. Da müsste irgendwo eine Notabschaltung in der Nähe sein. Aber sie wird nicht ewig abgeschaltet bleiben. Sie müssen schnell da rein. Das kommt mit Bistengrüßen von mir. So, hat ja perfekt getimed irgendwie. Schön zwei Spuren auf einmal. Das ist richtig nervig. Sorry dafür, ihr Lieben, irgendwie. Aber wir müssen anscheinend die Turbine abstellen. Ja. Jetzt müssen wir da drüben. Alles klar. So, würde mich wirklich nicht wundern, wenn sich mir jetzt hier irgendwie die Hewis entweg stellen. Weißt du, was passieren wird? Ja. Und nun? Ich war doch schon dran. Oh, echt jetzt nochmal? Okay. Kann man machen? Müsste man da holen. Eigentlich war da aktiviert. Ah, nicht doch. Nicht doch. Nicht doch. Okay. Jetzt aber hochdich. Hochdich, hochdich, hochdich. Schnell, schnell, schnell. Taschenlampe. Taschenlampe. Das wird knapp. Viel Glück. Ripley. Sie gehen immer tiefer in Apollo und ihr Funksignal wird schwächer. Die Verbindung wird bald abbrechen. Super. Drücken Sie mir einfach die Daumen, okay? Da unten werden es da einige Hewis auf Sie warten, Rip. Könnte gefährlich werden. Samuels hat sich geopfert, damit ich es hierher schaffe. Ich muss es versuchen. Ich fand ihn schon immer recht nett für einen Syntheten. Ich auch. Alter, war ich der Einzige, der nicht herauszielt, dass er ein Synthet ist? Und... Naja. Egal. So, okay. Hier ist man safe. So. Das hier geht an den Essenden 257. Ich glaube nicht, dass es dein Hörer ist. Finden Sie im Raum zur menschlichen Kommunikation. Ach, du Schande. Na, das wird das Niki. Nice. Schön. So, ich glaube, eine Gasmaske eingesammelt. Das ist schon mal sehr gut. Okay, der bewegt sich weg. Habe ich die jetzt automatisch auf? Ich hoffe, dass ich die Gasmaske jetzt aufhabe. Okay, alles klar. Ach Gott. Gasumleitung. Wie das jetzt auch immer gemacht haben. Toll. Nein, die bewegen sich auch nicht. Oh, und dadurch sehe ich sie nicht. Das ist eine Scheiße. Nein. Nein. Okay, also hier steht er. Oh, 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 oh. Okay. Also hier hinten war noch ein Rechner irgendwie. Aber da möchte ich eigentlich jetzt nicht wirklich ran. Gerade irgendwie. Das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu riskant. Tatsächlich, um jetzt da eine lustige Lesestunde zu machen. Es interessiert ihn nicht. Es interessiert ihn einfach nicht. Das ist ja toll. Das ist ja schön. War er ein Plastikanzug anhat oder was? So, hier ist noch ein Schacht. Na, toll. Ja, jetzt kommen die von beiden Seiten. Na, Schacht, ich bin noch vorbei. Na, nicht, wenn die Tür nicht aufgeht. Nicht, wenn die Tür nicht aufgeht. Das ist gut. So, schade. Dann drückt mir das natürlich mit der EMP-Mine halt scheiß, ne? Sightech, vielen Dank für dein Follower, mein Bester. Willkommen bei Ben & Steve. So, ob die mich jetzt hier verfolgen? Da ist es. So. So. Und so. Okay, rechter Serverspeicher aktiviert. Rechter Serverspeicher aktiviert. Okay, rechte Konsole. So, was, wie? Mit, was, wie? Wir suchen sie die linken Konsole. Serverspeicher. So, hinter uns. Ja, okay. So, hier können wir noch irgendwas finden. Ja, okay. Alles klar. Ich mach mal so eine Karte. Ich weiß nicht, sollen wir speichern? Sollten wir speichern? Sollten wir speichern? Das war jetzt nicht besonders hellenreich, wie ich hier durchgekommen bin. Ey, vor allen Dingen, das ist ja... Wenn die jetzt natürlich auf die EMP-Dinger nicht anfahren, dann ist ja... Yay. Ländgranate brauch ich gar nicht ausprobieren. Molotow. Naja, die laufen auf Brennweiter, würde ich sagen. Rauchgranate. Arbeiten die mit Sicht? Ich weiß ja nicht. Könnte wir das mit Geräusch machen. Irgendwie arbeiten. Aber... Am besten ja nicht... Naja, komm. Wir speichern und dann... Ah, na klar. Side-Tack, der Speicher-Vorgang geht nach dich. Als... Naja, Follower, das ist keine Ahnung. So. Okay. Rauchgranate, wenn wir mal eine Rauchgranate haben, dann kommt mir von allen Sachen noch am sinnvollsten. Ah. Kommt, aussehen die Geschichte. Ah. Kommt, aussehen die Geschichte. Oh, der klingt ja so richtig. Hi. Na? Wo ist die Tür? Wo ist die Tür? Ich bin mir nicht mehr so sicher. Oh shit. Die kommen rein. Es soll zu sein, dass ich... Verstecken. Ah. Toll für Sie. Hey, wieder da. Grüß dich. So, ich muss ja gerade durchsneaken und ich verkacke episch. Wirklich. Also. Epic-Feel. Oh. Nach Ihnen zu suchen verschwindet wertvolle Firmenzeit. Ja, da kannst du. So, Dave hat mir letztens den Tipp hier eben irgendwie... Ja, aber hau doch einfach ab irgendwie. Dave hat mir letztens den Tipp hier eben selbst im Spin niemals diesen Motion Detector lange zu benutzen irgendwie, weil es immer gehört wird. So, geh doch mal weg jetzt. Dann geh halt weg. Die Mucke ist so nerven auf einem dazu irgendwie. Hier erstmal nochmal ein, ähm, tiefer, ernst tiefer Kniefer erstmal an die Composer dieses Spiels irgendwie. Sehr geniale Arbeit, ab in die Fahrt. Ich weiß, dass Sie hier sind. Alter, geh weg. Ich weiß nicht ins Gesicht. Nichts Gesicht. Wegen die Verschöpfung, die Fünfzeit. Verschwörung. Ich muss erstmal ein Konto wie infizient, um zu antworten. Ah, schön. Vielen Dank dafür erstmal. Ist auf jeden Fall ein Meisterwerk, dieses Spiel. So. Also, ich weiß nicht, ob wir safe sind, aber ich geh jetzt raus. Ich geh raus. Und jetzt direkt vor ihm, bestimmt so. So, haben wir die Findung. Ausbeißkarte. Nehmen wir. Okay, er geht auch zurück. Hat er die jetzt genommen? Ja. So, und wir müssen noch jetzt eigentlich hier... Wir sind schon zu weit gelaufen. Okay. Hm. Hm. Das ist ja doof. Okay. Jetzt nicken wir mal so ein bisschen zurück. Ja, jetzt hast du da zwei Leute, die da stehen. Das sind nicht die Duinen, die ihr sucht. Ja. Genau. Aber es sieht ja so aus, als würden sie tatsächlich sich weiter noch zurückziehen. Oh. So, scheinbar soll ich jetzt hier hin? Maske auf. Aber ich sollte doch hier... Hä? Warum schickt er mich jetzt hier hin? Ich muss doch hier hin. Aber tatsächlich zeigt mein Motion... Mein Bewegungsmelder da hin. Hm. Komisch. Okay. Aber wir müssen auf jeden Fall hier hin. So, geht der jetzt noch weg? Nee. Ach. Die stehen da rum. Die stehen da rum. Was sollen wir tun? Leute, was sollen wir tun? Sollen wir rennen? In der Hoffnung, dass wir es irgendwie schaffen? Also... So, aber als erstes jetzt erstmal nochmal Code... Wo haben wir das? MP-Mine. Mal schnell bauen, dann haben wir erstmal nochmal ein paar Komponenten wieder. Die wir vergeben können. Und das fängt aber auch wirklich krass irgendwie... Dass die echt da so einen blöden Plastikanzug anhaben... Irgendwie der die anscheinend davor schützt. Also... Das ist nicht fair. Das ist nicht fair. So. Okay. Dann lassen wir mal ganz kurz hier den Grundriss nochmal ein... Ach, es ist auch noch der Raum, den ich nicht durchsuchen muss. Echt jetzt? Mann, wieso? Hat er mich gesehen? Hat er mich gesehen? Der nicht, der hat mich gesehen, Blutzaun. Mann. Das lief ja jetzt nicht so geil. Jetzt wird er wieder mal sacken. Mist. Aber wenn die ja beide jetzt drin sind... Also entweder... Könnt ihr tatsächlich mal mit so... Mit so einem Geräuschmacher irgendwie... Könnt ich es nochmal versuchen wegzulocken. Aber ich muss anscheinend an sehr viele Computer-Terminals daran liegen. Und wenn ich das jetzt mal so irgendwie gesehen habe. Ja, Musik wie bei Freitag der 13. Sie sehen so fies aus mit den Augen, ey. Dieser Bereich ist gesperrt und ich weiß, dass Sie hier sind. Fangt du was? Spielen Sie ein Spielchen mit mir? Ich möchte ein Spielchen spielen. Die Frage ist jetzt auch irgendwie, wenn die jetzt nicht zurückziehen und ich werfe hier vorne, wo das Gas ist zum Beispiel. Ähm, Geräuschmacher hin. Hören die das überhaupt? Also das... Ehen würdet ihr hören irgendwie, aber reagieren die... Die, 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 die Hewis da drauf? Oder muss ich die so ja da rauslocken? Ist das so ja irgendwie der strategische Weg irgendwie, um die da rauszubekommen? Ist nicht gut, ist nicht gut. Gehen wir mal raus. Wie machen wir das? Wie machen wir das am blödsten? Und warum zeigt mir das Ding diese Richtung an? Das finde ich ja am befremdlichsten tatsächlich. Man sieht ja da oben diesen kleinen weißen Balken. Diesen hellgrünen. Der zeigt uns eigentlich immer das nächste Ziel an. Aber wir müssen definitiv erstmal hier aktiv werden. In dem Raum hier vorne. Okay. Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal aus mit dem Geräuschmacher. Soll sein, also. Daumen drücken, dass er klappt. Ich würde mal sagen... Interessiert ihn scheiß. Oder? Oder? Nee, hat's ja funktioniert. Wunderbar. Kofferbete sind raus. So, benutzen. Schnell an allen rumfummeln. Einfach schnell Knöpfe drücken. Okay. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Okay. Hier vorne. Drinnen in den Tunnel. Uh. Das hat ja geklappt. Hashtag kam 18. Wieso? Was hat er gesagt? Knöpfe drücken? Oder was? Was? Wie? Hä? Was entgangen mir jetzt? So. Ja, safe. Okay. Gut, dann hat das ja doch ganz gut funktioniert hier. Gott sei Dank. So, dann knacken wir mal schnell diesen Rechner. Was ist das Ding? Da. Alter. Wat? Wat? Alter, wie schnell muss ich da sein? Das ist ja Wahnsinn. Wie schnell sollten wir hier bitte die Zeichen eingeben? Spinnen die? Moment mal. Doch. Hallo? Ist das das Ding? Muss ich da ran? Natürlich muss ich da ran. Nee, muss ich nicht. Muss ich irgendwie rinnen. Aber ich komme ja nicht rinnen ohne wahrscheinlich... Äh, wat? Äh, das schaffe ich doch niemals so schnell. Das waren jetzt drei Sekunden oder was? Irgendwas mit schnell an den... Achso, schnell rumfummeln. Ich verstehe. Ja. Das ist natürlich hechtig am Arzen. Ah. Okay. Gut. Also ich habe ja gerade gespeichert. Aber achtet mal bitte darauf, wie schnell der Counter durchläuft. Also ich schaffe das nicht so schnell. Da... Da muss man ja schon intuitiv irgendwie Glück haben und irgendwo hindrücken. Das war jetzt ein Versuch. Wie soll man das schaffen? Wie soll man das schaffen? Das ist ja... Zwei Sekunden? Und die Zeit zählt sofort ab, wenn du... Wenn du den auf dem Bildschirm hast. Und das ist immer was anderes. Das ist ja auch geil. Okay. Ja. Äh. Oder soll ich... Soll ich... Achso, das kann natürlich auch sein. Soll ich es vielleicht falsch auslösen? Prüren wir mal. Sicherheitsstufe ist zu hoch. Aha. Was? Ja, so... Na? Nee, schaffe ich nicht so schnell. Kannst verhessen. Was soll das? Was? Was ist das? Dave! Sag mal was! Was ist das denn jetzt so für ein Quatsch hier? Muss ich erst hier... Ich muss, glaube ich, erst mal ein besseres Tool finden. Würde ich mal sagen. Ähm. Okay, also wir müssen in diesen Kern rein. Finden Sie einen Weg, die Sicherheitskapazität zu senken? Ah, okay. Alles klar. Gut, 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 gut. So. Äh. Hier haben wir jetzt... Schalter benutzen. So, wir haben einen Schalter benutzen. Jetzt ziehe ich mal hier drüben hin. Da war ein Glück-Onschalter. Redeschalter benutzt. Was hat das jetzt auch immer gemacht hat? Hat das was gemacht? Nope. Das hat noch nichts gemacht. Okay. Die Schalter kann man also nicht mehr normal betätigen. Dann würde ich jetzt hier mal kurz zurückklettern. Ah, okay. Drücken Sie die passenden Tastenbewegungen in den Schaltkreis. Ah, okay. Alles klar. Ah, alles klar. Okay. Mal wieder eine neue Art des Rätsels hier. So. Mal schnell in den anderen Tunnel. Da war, glaube ich, nämlich auch so ein Ding drin. Genau. Warum man noch immer hier das Terminal hin macht. Geringe Energie. Das ist jetzt nicht geil. Das ist nicht gut. Wie kriegen wir denn jetzt hier Energie ran? Haben wir hier irgendwo so einen Umspanner, so einen Pläner? Hey, wenn ich jetzt hier wieder zurück muss? Rast schreuz. Rast schreuz. Sorge, wie es ist. Vielleicht von der anderen Seite? Da geht's, ja? So, okay. Das ist tatsächlich so ein Rätsel, wo ich da so... So, ich sollte mir das Leben lassen. Warum? Wieso? So, ich mach mal nochmal... Ach, komm. So, jetzt hoffentlich ist das jetzt ein bisschen moderater. Ja, auf jeden Fall. So. Bidi-Bi-Bi. Und, sind wir trin? Zitter, zitter. Aufregung. So, vielleicht reicht der eine ja schon aus. Der wäre geil gewesen. Oh, schönen Schallbrecher hier irgendwie. Gefällt mir. Könnt man auch bei mir einen Proberon vorstellen. So. Mach auf, du. Wie kann das Schatz von Barschensai? Ah, Mutter. So, erstmal renn ins Bookmenü. Was zur Hölle? Special Order. Mhm. Zwei Tage nachdem wir los sind. Das kann nicht wahr sein. So. Order. 935. 9? Ja. Alles klar. Wir... Es ist nicht auf der verdammten Schuhe. Belein und Yutani will natürlich, dass sie ihn geschützt haben und behalten und zurückbekommen. Also die Finger bekommen. So, und so suchen sie den zentralen Reaktor. Eigentlich geil. Das ist wirklich... Einfach Hammer. Irgendwie. Wie viele Anspielungen hier an dem ersten Teil sind. So, Dave. Der geht an dich. Ab jetzt wird das Spiel so langsam lustig. Echt jetzt? Echt jetzt? Wenn Dave sagt, dass es lustig wird, wird es nicht lustig. Für mich wird es nicht lustig. Oh nein. Echt, Dave? Wird das jetzt so schlimm? Verlassen sie? Ja. Haben wir doch gemacht. Sollen wir noch weiter weg? Gut. Reicht nicht. Immer noch weiter weg. Gar kein Problem. Wohl auch nicht. Ah, okay. Wir können runterklettern. Weyland Yutani. Wir bauen besser Leveten. Für die, die jetzt neu sind hier im Chat, irgendwie Dave ist hier der A-In-Isolation-Crack unter uns. Der Wahnsinnstyp hat das Ding auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad mit einer VR-Brille durchgespielt. Und wenn der sagt, dass es jetzt lustig wird, können wir uns mal ein Mann ziehen gleich. Können wir schon mal frisch machen hier. Scheiße. So, Terminal. So, primäres Interaktions-Log. 1.1.1.2137. Klasse, menschliche Interaktion. Anfrage für zwischenbetriebliche Nachrichten erhalten. Ausgehende Nachrichten an Vertreiber. Vertreter von Weyland Yutani erhalten und überwacht. So, Klasse Colonial, Marshes, Schadenbericht. Ui, geht da nicht weiter runter? Okay, gut. Geht nicht weiter runter. Vorübergehende Notfallmaßnahme in St. Christobal-Krankenstation eingeleitet. Keine weiteren Informationen verfügbar. So, kein Aufsehenerring. Spedding, Ransom, hier. Nach dem Weyland Yutani-Aufkauf ist es wichtiger als je zuvor, dass die Flugschreiberübergabe ohne Probleme vonstatten geht. Das werden zwar nur Angestellte niedrigen Ranges sein, die vom Aufkauf keinen Schimmer haben, aber wenn die Gerüchte über verschwindende Menschen hören. Schlafende Hunde soll man nicht wecken. Behalten wir alles einfach schön unter uns. Wir wollen nicht, dass sie es sich anders überlegen. Dave. Das wird auf meinen Grabstein stehen. Hat in Insolation ein VR durchgespielt? Ja, ne, das ist... Ja. Ja, Dave. Also, selten in der Menschheitsgeschichte hat eine größere Leistung als diese, irgendwie. Also, ich habe ja auch auf der Place, also über Place Nation halt extrem viel auf Platin-Trophäe gezockt. Und da musst du halt auch Spiele auf Knüppel kack schwer durchspielen und dermaßen sinnlose kackschwere Aufjahnen manchmal machen, irgendwie, um einfach so eine beknackte Trophäe zu bekommen. Also, bei Xbox waren es Archive-Mans. Und, also, ich weiß, was das heißt, so ein Spiel hier auf schwer durchzuspielen. Und ich bin froh, dass ich das hier nicht machen muss. Sei ganz ehrlich. Also, das ist... Mondlandung, in Insolation, in VR. Ja. Nö. Sag einfach nö. Nö, nö. Resident Evil hat mir gereicht in VR. Einmal kotzen reicht. So, zum Maschinenraum. Zum Maschinenraum. Energie. Oh. Ich bin hierin. Was gibt's zu berichten? Apollo von Weyland-Yutani-Protokoll. Bei mir bitte? Searsen hat sich verkauft. Ricardo, Apollo weigert sich nachzugeben. Angeblich stimmt was mit dem Reaktor nicht. Sie gehören zur Firma. Sagen Sie ihm, das juckt sie nicht und er soll tun, was sie sagen. Tut mir leid, Ricardo, aber ich bin nur ein kleiner Fisch. Ich, Samuels, Taylor, wir alle. Wenn wir was wert wären, würde Apollo uns wahrscheinlich nicht so ohne weiteres sterben lassen. Tja, es sei denn, wir wären defizient. Einbringende auf den unteren Ebenen des Reaktorkarfs registriert. Bitte in Brüderung. Wo sind eigentlich meine Waffen? Er kann auch noch nicht meine Waffen. Untertitelung des ZDF, 2020